Für das Leben lernen wir. So lautet das Ziel unseres monatlichen Lernmoduls finanzielle Bildung an der Rudolf-Graber-Förderschule in Bad Säckingen. Seit die Volksbank Rhein-Vera bei uns unterrichtet, sind unsere Schüler, was finanzielle Themen betrifft, optimal vorbereitet. In den Fächern Finanzen und Banken-ABC lernen sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Neben dem Unterricht gibt es viele Möglichkeiten, sich aktiv zu beteiligen. Vor allem das Kartoffelprojekt stellt einen realistischen Bezug zur Arbeitswelt her. Hier wurde ein kompletter Erntezyklus budgetär geplant und gesteuert. Bei Wind und Wetter wurde gejätet, angebaut, Käfer gejagt und geerntet. Als krönenden Abschluss konnten die Schüler nach der harten Arbeit die wertvollen Knollen verkaufen. Alle waren begeistert von dem unermüdlichen Einsatz der Jugendlichen. Für diese herausragende Förderung zeichnet Easy Credit das Projekt mit dem Preis für finanzielle Bildung 2014 aus.